Wie viele Frauen bräuchte es denn, um deinen Job zu machen? Na, eine. Wäre die genauso gut? Bestimmt. Wie du? Ja. Hast du denn nicht auch ein bisschen Angst, dass du von einer Frau ersetzt wirst, weil die sind ja günstiger? Eher von der AI, aber... Eher von der AI? Ja, okay. Noch günstiger.